Wir spielen Minecraft, Alter. Neue Friese. Minecraft Grind. Let's go. Grind, Alter. Der Grind ist da, Leute. Wir spielen schön zusammen. Skyblog, Leute. Let's go. Ich hab keinen Plan für heute. Ist nicht so wichtig. Kriegen wir alles hin. So, Musik rein. So, und jetzt an der Stelle nochmal ausreichend Prime in den Chat, meine Freunde. Die Prime-Subs sind wieder ausgelaufen. Ich möchte es nochmal ganz kurz, äh, ganz kurz angesprochen haben. So, Jungs, was geht? Ja, ich bin durchgehend am Sterben, Alter. Ja, geil, Alter. Jungs, was geht hier ab, Alter? Ich bin erst seit fünf Minuten auf dem Server und schon achtmal gestorben. Achtmal schon, Max. Digga, das ist ein Rekord. Oha, guck mal, diese Mob-Farm hier, Bruder. Sie wirft ja anders ab, Digga. Lull. Oh mein Gott, Lull. No way. Jungs, ey, wir haben einen OP-Apple bekommen von der Mob-Farm. Was ist das für ein Apple? Digga, das ist der... Ich kann keine Ahnung, ey. No joke. Jetzt noch... Oh, übrigens auch 64 Knochen an der Stelle. Und nochmal 28 weitere Knochen. Also Knochenmehl-Produktion läuft. Ey, Leute, der Loot ist anders nice hier. Geil. Der Loot ist anders nice. Geil. Dieser OP-Apple, den kann man nicht mehr craften, Digga. Den kann man nicht mehr craften. So besonders ist der. Ja, ich finde das... Lull. Achtung, Romatra, Case Opening bei mir. Drei, zwei, eins. Loot back. Oh mein Gott. Boah, Samen. Ey, Romatra, guck mal hier. Was kann... Hey, 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 hey. Romatra, 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 sieh mich an. Was für Bornmeer, was, was Bornmeer, was, was, was Bornmeer, Romatra. Was? Jungs, wir haben einen OP-Apple, wollen wir kurz drüber talken? Ist insane. Was kann der denn? Ja, ich mach erstmal das Intro. Moin, Leute, Trimax hier. Wir spielen wieder zusammen Minecraft Sky. Mit dabei ist Romatra und Revi. Perfekt. Das nehme ich. Perfekt, nehmen wir so. Ich hab vollkommen recht. Das ist das Geil. Aber guck mal, was ich gebaut hab, Junge. Boom, zeig's mir. Das war ich alleine, komm her. Überprüft die drei Geräte, die hier sind. Oh, Digga. Überprüft die. Die Solarpanels hier. Oh, Junge, Solarpanels Stufe 4. What the fuck? Ja, ich hatte den ganzen Tag nur Solarpanels und Streamo immer weiter abgegradet. Junge, und das hast du gestreamt? Ja. Du dämliches Opfer, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Jungs, wisst ihr, was wir jetzt machen sollten? Real Talk? Na? So langsam sind wir soweit und ich bin der Meinung, dass wir es hinbekommen könnten. Lass uns ein Kernkraftwerk bauen. Let's go. Ey, Jungs, saubere Kernenergie ist der Schlüssel zum Erfolg. Saubere Kernenergie, frag Christian Lindner. Er ist meiner Meinung. Aber erst mal, warte, bevor wir das anfangen, Jungs, bevor wir das anfangen, also Kernenergie, so Atomenergie wäre schon geil, würde ich noch ganz kurz eventuell die Kühe vermehren, sodass wir dann tatsächlich, ähm, tatsächlich, Alter, geil, sodass wir dann in der Lage sind, uns unsere Bücherregale aufzubauen, dass wir ein full enchantetes Ding haben. Das wäre schon mal ganz nice, oder? Ich bin deiner Meinung. So, Jungs, kommt her. Es wird ge***t. Let's go. Gönnt euch, Alter, gönnt euch. Soll ich uns ein ME-System machen, Jungs? Ne, RE-System. Ach, RE-System brauchen wir, sagt ihr. RE-System. Ah, hier. Okay, okay, I see, I see. Ähm, damit können wir natürlich unsere Sachen, unsere Sachen alle zusammen in einem großen System speichern. Viel, viel einfacher, Leute. Ist geil. Ist das geil? Das, das lit. Ist besser als Kisten, Junge. Gib mir mal einen genauen, äh, Auftrag. Ja, Basic Capacitors. Der ist zu klein, größer. Gib mir einen größeren Auftrag. Okay, oh, Max, Alter, okay. Dafür brauchen wir Machine Chassis. Max, kannst du davon welche herstellen? Ich brauche einen großen Auftrag, sowas wie... Ja, Digga, Machine Chassis ist der große Auftrag, Bro. Ja, echt? Zeig, okay, okay. Boom, Junge. Ey, das läuft hier, Alter. Wir sind so ein eingespieltes Team mittlerweile. Trimax und ich, das ist insane. Ja, genau. Wir beide sind echt selber eingespielt. Alter, Romatra, ich hasse dich so. Nein, Spaß. Ich mag dich sehr gerne. Nein, Spaß. Bro, also, was möchtest du eher sehen? Würdest du sagen, wir nehmen das, ähm, Storage System von Ender.io oder Storage System von, ähm, Refined. Refined Storage. Tell them now. Refined Storage System oder Ender.io Storage System. Ender.io ist sehr teuer. Er schreibt Refined und er ist der ultimative... Okay, Bro, done. Stopp. Dann alles liegen lassen. Ich hab's schon fertig, die vier Machine Chassis. Egal, die brauchen wir später so oder so, Max. Das ist kein Problem. Was wir jetzt brauchen, ist erstmal ein... Wir brauchen einen Zoldaner erstmal. Okay, what the f***. Leute, ich muss halt erstmal Mycelium herstellen, Alter. Oh mein Gott, ist das aufwendig, Digga. Insane, Mann. Ich helf dir. Es gibt dafür nur einen Weg. Es gibt dafür nur einen Weg. Wir müssen einen Seed Processor bauen. Wir müssen mit Mystical Agriculture anfangen. Es geht nicht anders. Dann machen wir das. Okay, Jungs, pass auf. Ich muss jetzt wirklich von ganz klein auf müssen wir anfangen. Ey, das ist so aufwendig, was wir jetzt machen müssen, wa? Also, bisher hab ich Revi in der Folge nur Wein gehört. Ey, Jungs, ich brauch Sand. Das können wir gar nichts machen. Okay, dann bau ich jetzt. Machen wir es so wie gestern, oder? Ja, genau. Machen wir es so wie gestern. Ach, lol. Ja, wie gestern in Sully's Haptory, ne? Ich hol dir einen krasen Strom, du machst die Fabriken. Genau. Und ich fang jetzt einfach mit meinem Zauber- Und ich würde sagen, Revi, sacken einfach in der Zwischenzeit. Nein. Sacken bisschen, Revi. Geh ein bisschen sacken. Ich fang doch. Real talk, ich fang jetzt mit meinem Zauber- Egal, was ihr mir sagt. Und ich baue mir jetzt was eigenes auf. Ist mir jetzt egal. Ist geil, Mann. Feier ich. Wenn du sowas brauchst wie, yo, ich brauch vier Machine Chesses, ich bin da. Das kannst du machen. Sinnvolle Aufträge verteilen. Aber sag jetzt nicht, yo, geh in den Nether und fahr mir Mystical Agriculture Extreme Slime Balls as fuck. Die hol ich dir nicht, weißt du? Doch, genau, das machst du. Leute, so, jetzt gib mir. Komm, gib mir, gib mir, gib mir. Ancient Spores, gib mir Ancient Spores. Boom! Boom. Achtung. Klappt nicht. Ancient Spores hab ich jetzt, Leute. Wie mach ich das mit Zell? Auf Dirt. Ah, auf Dirt. Okay, checken wir kurz. Tatsächlich, ihr seid die besten, Chat. Extremer Fortschritt hier vorne. Extremer Fortschritt hier vorne. Saustark, was ich da gerade gespielt hab. So, Leute, jetzt haben wir das Witchwater gleich auch schon. Ich hab so Bock heute, Mann. Ich bin so geil drauf, Alter, weil ich weiß, dass es einfach geil ist, was wir hier machen. Weil wir geile sind. Es ist einfach geil. Es ist... Das, was hier entsteht, ist geil. Richtig. Ja, Mann, wir sind einfach geile Leute. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind geile Leute, wir sind geile Streamer. Und wir sind ein Gottverdammt nochmal geiles Team. Das heißt, ich stelle das quasi einfach jetzt hier oben drauf und dann hab ich Witchwater. Is it right? Is it right or is it wrong? Tatsächlich, es wird zu Witchwater. Leute, es ist insane. Es ist insane, wie ich gleich hier schon in einem ME-System stehe. Aber die beiden Bots haben noch nichts gemacht. OMG, Alter. What the f*** seid ihr low? To be honest, Alter, ich brauch euch nicht... Okay, doch, wir sind ein gutes Team. Buhu. Nochmal Ancient Spores. Das heißt, es ist nochmal. Achtung, Leute. Ganz kurz, ganz kurz. Nennt es, wir haben nochmal Mithelium. Boah, Leute, schaut euch dieses Wasser an. Ganz schön gruselig. Spooky, spooky. Ich hab echt Angst, dass Revi gleich wieder jetzt irgendwie drei Stunden am Zocken ist. Und nichts dann... Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das ist so, Revi, der kommt, der schreit hier drei Stunden rum. Oh, wir müssen einen Atomreaktor bauen. Ach, nee, geht gar nicht. Und dann schreit er nochmal weiter rum. Und dann sind viereinhalb Stunden rum und er hat nichts gebaut. Boom. Hab Soulcent hergestellt. Klasse. Klasse, Revi. Ich mach nämlich gerade was hier für unser ME-System. Und ihr rafft es einfach nicht. ME-System, ne? Das ist halt... Ja, ja. Wenn meine Hühner dann Redstone schreißen, dann hab ich richtig Bock drauf. Komm schon, gib mir Quarz. Baron föhnen damit eine andere Note das rein. Geil, gar nichts. Hey, hör auf hier! Was denn? Hör auf hier, mein Wasser zu... Hör auf. Lass es, Max. Wieso? Ist das keine unendliche Wasserquelle? Nee, jetzt nicht mehr, wo du da rangegangen bist, du Fisch. Hast du... Hey, Max! Ja? Du... Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Du hast mein Witchwater geklaut, du... Was ist Witchwater? Da hast du mein Hexenwasser gestohlen. Dafür wirst du bestraft mit Hexenwasser. Hier, nimm das. Guck dir an. So, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Wo bist du? Das stinkt. So, bitteschön. Friss das. Nee, das stinkt. Hast du das heute schon fertig? Ja, klar hab ich den fertig. Romathriel. Romateriel, Alter. Roma-lololol. Oh Gott, Quarz-enriched Iron? Ich hab's doch noch nicht. Boom, ich hab Quarz-enriched Iron. Jetzt komm ich nämlich rein hier ins Game. Achtung, Romatra, wie viel brauchst du? Äh, sechs Stück. Haha! Guck mal hier. Ja, gut, du hast das hergezaubert. Ich weiß nicht, ob ich das annehmen möchte. Halt's. Ich hab's nicht gezaubert, du Arsch. Lass das. Ey, das ME-System, Jungs, wenn wir hier alles automatisiert haben, das ME-System, alles richtig schön lecker sortiert. Stell dir mal vor, nie wieder in Kisten wühlen. Ein Panel, wo wir alles rausholen können. Jungs, das ist es doch. Die Future, von der wir immer talken, oder? Achtung, es geht los. Brauch, Klaus, hast du recht. Okay, tschüss, geht wieder weg. Mach's gut, ciao. Oh mein Gott, Leute. Leute, hört mir mal zu. Ey, ich hab einen Würfel bekommen. Ich hab einen Würfel bekommen. Ich hab einen Würfel bekommen. Achtung, jetzt Casino-Games bei mir. Achtung, Vector. Oh. Verpiss dich, ey. Gib das zurück. Hallo. Achtung, ankommen, Lootback. Oh, geil. Printed Silicon, Printed Basic und Redstone. Ja. Der Ohr-Arbeiter. Ja. Romal-3 ME-System, wir kommen. Wir kommen, Alter. Easy clap, Alter. Sauber. Wir sollen die Würfel, muss ich ganz weit, ganz weit weg, soll ich die öffnen, weil da kann nämlich eine Nuke bei Spawn. Ich hätte gerade unsere ganze Base fast in die Luft gejagt. Das wäre nicht so drauf gewesen. Das wäre so lustig gewesen. Oder ganz ehrlich, wir hätten gekichert und gelacht, oder? Nee, ich hab mich echt geärgert. Du bist so süß, Max. Max, manchmal will ich dich töten. Aber nur in Minecraft. Zweimal bei Romatra, ich schwöre, wenn der sitzt, der Hase, ne? Der ist sch***, Max, Alter. Der wird sich richtig, der wird sich so in die Hose pissen und kacken. Der eklige, geile sch***, Alter. Romatra, bist du ready fürs ME-System? Hast du Bock? So. Dann haben wir in der Mitte den hier. Links, rechts, zack, zack. Zack, zack, zack. Boom. Okay, Romatra, wir haben den Disk Manipulator fürs ME-System schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch die Speicherkarten, die Storage Discs. Dafür brauchen wir... Okay, ich muss mich noch ein bisschen ranmachen, Romatra. Ich brauche noch ein kleines bisschen, tatsächlich. Sehe ich gerade. Haben wir nicht eine Sackmill, Leute? Ja, ne? Haben wir nicht eine Sackmill irgendwo? Wir haben eine Sackmill. Ich habe eine Sackmill, ja. Boom, Romatra. Wir sind einfach das Team hier. So, Leute, jetzt haben wir den Disk Manipulator, das Disk Drive. Jetzt brauchen wir noch das Crafting Grid, richtig? Das sieht wie folgt aus. Das ist das hier. Das ist das Grid. Das baue ich aus. Okay, Leute, wir haben jetzt das Grid. Wir haben den Disk Manipulator und das Disk Drive. Was brauchen wir jetzt noch? Wir haben jetzt alle drei Sachen fürs ME-System. Okay, Leute, ich mache jetzt den Chance Cube auf und in der Hoffnung, dass da was Geiles rauskommt. Kann sein, dass jetzt ein Luke rauskommt und alles kaputt macht, ne? Ich sage es nur. Ich mache jetzt hier auf. Wir brauchen so doll Holz. Das war ja mal richtig gut, dass ich das da geöffnet habe. Das war sehr vorausschauend. Äh, jetzt 4K-Karte. Machen wir. Schön die 4K. Hast du hier ein dick Glas rausgenommen, ne? Ja, ja, brauche ich aber. Brauche ich aber. Ja, ist okay, aber finde ich geil. Eins, zwei, drei. Ich mache das aber, ich finde das voll geil zu craften. Dann lass mich mal wieder. Das macht Spaß. Das ist schon cool, das immer so abzugleichen, zu gucken, sich zu merken. So eine kleine Denksport-Aufgabe. Ach, die Leute labern wieder Drecksmist. So, 4K-Karte ist auch da, Leute. Jetzt müssen wir noch so ein Crafting-Grid machen. Richtig ein Crafting-Grid, Alter. Christoph Crafting-Junge. So, Leute, wir haben das Crafting-Grid, das Disk-Drive, das Disk-Manipulator und den 4K-Storage-Disk, Leute. Was fehlt jetzt noch? Was fehlt jetzt noch? Ich glaube gar nichts mehr, oder? Ich glaube de facto nothing. Nothing mehr. Fehlt noch irgendwas? Nein, nix. Alles fertig. Okay, Leute. Wie packe ich das jetzt nun zusammen? Nein, 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 nein. Komm her, komm her. Ich zeige es dir. Wo brauchst du Strom? Zeig mal. Da vorne. Hier, an dem System hier, am A-M-System. Wie hat der hier den Magma-Generator gerade gebaut? Das, was leuchtet. Ey! Das, was leuchtet. Warum ist das jetzt nur das Storage-Housing? Nee, 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 warte mal. Ich lasse euch nochmal machen. Nee, jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott, wir kriegen einen riesen Angriff. Raid! Zwei Zombies, Alter. Gut au- Ja, zwei Zombies. Guck mal nach da hinten. Vier Bogenschützen. Oh, da hinten. Der Typ mit Sonnenbrille. Ja, ich hab dir gesagt. Komm, jetzt hier mal Strom dran, Leute. Okay, wo soll jetzt der Strom hin? Hier, an das, an das, an das, an das rechtsobere Controller. Wie viel braucht der denn an Strom? Steht das da irgendwo? Ist, ist schon voll, ist schon voll. So, und jetzt können wir unten im Grid, können wir unsere Sachen einfach einsortieren. Guck mal hier. Boom, boom, boom. Jetzt legen wir alles da rein. Und dann haben wir nämlich da jetzt unsere Kisten. Da tun wir jetzt alles rein automatisch. Direkt. Da ist jetzt alle, das deckt sich automatisch da drin, Leute. Das ist wie ein riesiges Kistensystem. Wir brauchen jetzt keine Kisten mehr. Und wir können unsere ganze Produktion darauf verlagern, dass alles da rein geht. Boom. Das verstehe ich nicht. Hä? Wie viel? Bist du dumm? Sortiert der das auch automatisch? Der sortiert alles. Ja, du kannst darin suchen und alles. Aber wir müssen uns da teilen, ne? Da oben was? Ja, ja. Da ist jetzt alles sortiert. Du kannst jetzt da oben auch eingeben. Sugar, dann sucht ihr dir das, Alter. Wie geil ist das bitte? Ey, Romata, bist du nicht überzeugt? Ich find's übel geil. Ich find's richtig geil. Digga, überleg mal bitte, überleg mal bitte, wenn wir jetzt alles da einsortiert haben und unsere ganzen Fertigungsprozesse da drin landen, dann haben wir alles da drin, Romata, dann haben wir alles an einem Ort. Das ist extrem lässig. Ne? Jetzt können wir nämlich damit anfangen, schon mal so ein bisschen Design-mäßig machen. Jetzt können wir später Häuser und sowas bauen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ja. Ey, Leute, das ist ein großer Fortschritt, Mann. Das ist insane. M.A. System. Ey, ihr wisst gar nicht, wie krass das ist, Mann. Wir sollten jetzt hingehen, Romatra, und alles, was hier in Produktion ist, dahinter verlagern. Weißt du, was ich meine? Dahinter? Ja, damit das alles schön da drinne endet. Damit das alles schön automatisiert direkt da drinne, als automatisierter Prozess da drinne landet. So, jetzt würde ich auch von Max nichts mehr hören, von wegen Revi macht nichts, Alter. What the f***? Ja, das ist echt schon strong. Das ist halt echt geil. Neues 4K-Storage-Part ist schon da, Romatra. Wegen dem schnellen Ding geht das Craft noch so viel schneller, Alter. Oh mein Gott. Ja, das ist durch, Leute. Zwei Solar Panel 5. Also, das ist so ein Overkill. Ich mache über 1000 RF pro Zeiteinheit. Romatra, das verstehst sogar du. Hä, das klingt gut. Ich kann 17 Millionen RF speichern. Wir haben ca. 9 Millionen RF übrig. Also, wollt ihr im Mittelalter bleiben, oder was? Bro, Max, wir sind gerade an ganz anderen Sachen dran. Strom ist erstmal gar nicht die Prämisse. So, Leute, jetzt haben wir die hier. Ein 4K-Piece. So, wir haben auf jeden Fall... Oh mein Gott, okay, wir haben jetzt Leichtfaser 16 Kerne-Piece. Boom. Okay, geil. Ist das geil, ja? Ist ziemlich geil, ja. Okay, ich habe die 16.000 auf Tab-Festblätter gemacht. Das ist geil. Boom, Junge. Komm, jetzt sind wir komplett. Jetzt haben wir erstmal richtig lange Ruhe. Und hinten ist bei der Creeper, die rechte Neon-Computer. Geil, okay, cool. Ich bin durch für heute wieder. Was? So schnell? Ja, das ist das Problem. Nee, guck mal. Nee, nee, nee. Es tut mir auch mega leid, aber das Ding ist, ich habe morgen eine Reise nach Mailand anzutreten. Mit einem Dreh. Ist jetzt diese Woche und nächste Woche noch einmal, dann bin ich durch mit allem. Gut, sehen wir uns im Monat zu einem weiteren schönen Stream. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.